Dreskandi Pernileteisbeck erklärt in Skandilok. Gibt es ein skandinavisches Stilgeheimnis? Falls ja, ist es nun gelüftet. In Dreskandi erklärt Stölist in Pernileteisbeck die Regeln. Praktisch, puristisch, selbstbewusst. Das verbinden die meisten Fashion-Liebhaber mit dem Look der Skandinavier. Doch so einfach das klingt, bleibt doch zumindest in Sachen Mode oft nichts dem Zufall überlassen, wie Dänemarks Fashion-Bloggerin Nummer 1, Pernileteisbeck in ihren Buch, Reskandi, Kneserbeck, 192 Seiten, 20 Euro, erklärt. Pernileteisbeck wurde in Kopenhagen geboren und arbeitet seit über 15 Jahren in der Modewelt. Nach Stationen beim dänischen Magazin, Altfordermanne und Eurowoman, launchte sie 2012 ihren Blog, Look de Pernil, und wurde Mode-Expertin im dänischen Fernsehen. Sie ist eine der bekanntesten Skandi-Bloggerinnen und arbeitet als Stühlistin und Kreativdirektor bei ihrer eigenen Social-Marketing-Agentur, Social Zoo. In ihrem Buch stellt die Bloggerin und Stühlistin ihre Vorstellungen von einer idealen Basis-Garderobe und den Dusendons des Skandi-Styles vor. Ihre drei Maximen für einen skandinavischen, entspannten und selbstbewussten Auftritt, weniger ist mehr, Qualität kontra Quantität und regelmäßiges Ausmisten. Zum Beispiel geht es laut Heisbeck nicht darum, jeden Tag eine andere Hose zu tragen, sondern die eine zu finden, die ihrer Figur entspricht und sich mit anderen Kleidungsstücken und Accessoires zu neuen, ureigenen Lubs kombinieren lässt. Hüge hat immer Vorrang. Ihrer Ansicht nach stehen diese von ihr vorgestellten Maximen für den skandinavischen Stil unter dem großen Thema. Hüge übersetzt etwa, Behaglichkeit, egal ob Mode, Einrichtung oder Lebensgefühl. Minimalismus bezogen auf Dresskande, bedeutet demnach, wir bevorzugen stets dezente Farben und schlanke Formen. Individualität heißt, wir lieben das unerwartete Detail, etwa einen bunten Schal oder ein gerammtes Poster vom Flohmarkt. Für Heisbeck macht es vor allem die Mischung, also zum Beispiel Materialmix, ob Baumwolle mit Jack oder Metall mit Leber, wir kombinieren gerne unterschiedliche Elemente. Dresskande, Basics. Die wichtigsten Basics für den perfekten Skandilux sind laut Heisbeck, eine weiße, qualitativ hochwertige Bluse, eine perfekt sitzende Jeans, ein hochwertiger Univer-Seilblatzer, lässiger Sneaker. Skandinavier sind bekennende Anhänger, bequemen Schuhewerks und ein oder mehrere Streifenschirts. Für einen individuellen Look empfiehlt die Bloggerin außerhalb der Mainstream-Konventionen zu denken. Ungewöhnliche Kombinationen wie ein Bläser zu einem Print-T-Shirt oder einem lässigen Hoodie. Sneaker zum feinen Seidenkleid oder Highhills zur Jogginghose machen den Unterschied aus. Das Kandifarbkonzept besteht dabei aus den Grundtönen Schwarz, Blau, Grau, Weiß, Erd- und Naturfarben, gespickt mit zum Hautton passenden, auffälligen Farben.